. Roscoe Baptist durch die Mitte, First Down Frankfurt. Mit 42 Yards, mit 42 Punkten pro Spiel. Ein Touchdown fehlt noch, damit sie ihren Schnitt halten. Roscoe Baptist macht den ersten Schritt. Zwei Receiver links, zwei rechts. Handoff an Roscoe Baptist. Weiß hat unter dem Center, Handoff an Baptist. Der hat wieder Platz, hat das nächste First Down. Das ist echt kein Spaß. Die schieben Under auf der linken Seite. David Biel ist wirklich einer der besten, die ich seit langem gesehen habe. Der Marco ist Proven Player, ist in Braunschweig. Der Tor. Der Tor, der wir mit den Handoff an Roscoe Baptist. Der Dritte Versuch. Der Handoff an Roscoe Baptist. Der vierten Garde auf dem Platz. Dein Tor. Der Tor. Der Tor. Der Tor. Der Tor. Ballübergabe an Roscoe Baptiste in dieser Partie. Es ist eine sehr gute Saison hier in Frankfurt, nach all dem, was er in den letzten Jahren sicher auch für deutlich schlechtere Teams hat. 2002, Ballübergabe, Roscoe Baptiste, neues First Down. Der Drawspielzug, also das schaut für die Verteidigung erstmal aus wie ein Pass. Und im letzten Moment wird dann der Ball... Und im letzten Moment wird dann der Ball... Untertitelung des ZDF, 2020